Aha. Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Derscher. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Episode. Heute ist Dienstag, der 11. Februar und weil wir so beide so neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen jeweils am Ende der Episode eine Frage. Und der nächste darf die dann in der nächsten Folge beantworten. Und das machen wir immer abwechselnd, sodass wir immer schön abwechselnd uns Dinge erklären können. Und in der letzten Episode durfte ich ja dir eine Frage beantworten. Weißt du denn noch, worum es ging? Ja, du hast mir erklärt, wie Teleskope funktionieren. Genau, was ich auch selber super spannend fand. Viel gelernt dabei. Aber das bedeutet, dass du jetzt an der Reihe bist, meine Frage von der letzten Episode zu beantworten. Und ich wollte von dir wissen, wie funktioniert eigentlich das Grundgesetz? Ja, wie funktioniert das Grundgesetz? Wie so oft ist, glaube ich, also wie das Grundgesetz funktioniert, glaube ich, lässt sich ziemlich mit einem Satz erklären. Es sind halt Gesetze und die muss man befolgen. Zack, Episode zu Ende. Ich dachte, ich hätte eine schwere Aufgabe gestellt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Was mache ich denn? Nee, es ist tatsächlich die Geschichte hinter unserem Grundgesetz natürlich viel, viel interessanter als das Grundgesetz selbst. Ich habe mir zu Recherchezwecken auch das Grundgesetz kommen lassen. Also man kann sich das direkt beim Deutschen Bundestag bestellen, kostenlos. Ja, ich habe jetzt hier so ein, ich halte es mal in die Kamera. Die ZuhörerInnen sehen das ganz hervorragend. Es ist so ein DIN A6-Heftchen. In einem sehr sympathischen Grausilberton. Ja, genau. Um nicht so viel Erwartung zu wecken, dass es jetzt spannend wird. Ja, ich habe auf Twitter und in den sozialen Kanälen ein Foto gepostet, hat so 145 Seiten. Auf der Rückseite ist die erste Strophe der Nationalhymne, damit man die nicht vergisst. Darf ich da gleich klugscheißen? Das ist ja nicht die erste Strophe, ne? Das ist ja die dritte Strophe, die wir singen. Ja. Weil die erste, ne? Sollte man lieber nicht singen. Nur, dass es keine Verwechslung gibt. Da steht jetzt nicht hinten irgendwas von Deutschland, Deutschland drauf. Nein, das ist die, die jeder kennt. Die dritte Strophe. Richtig. Die erlaubte. Genau, aber ich muss jetzt all diejenigen enttäuschen, die jetzt vielleicht erwarten, dass es einen Exkurs über den Inhalt dieses Grundgesetzes gibt. Ich habe das auch nicht in Gänze gelesen. Es tut mir furchtbar leid. Ja, aber das ist ungefähr so spannend wie der Fahrplan der Deutschen Bahn. Vermutlich ist der sogar spannender. Nein, aber ich habe mich natürlich mit dem Grundgesetz beschäftigt und mit seiner Historie. Und ich glaube, wir sollten mal einfach mit einer Begriffsdefinition anfangen, was denn das Grundgesetz überhaupt ist. Und ich habe es ja schon erwähnt, es enthält halt die wichtigsten Regeln für den Staat und damit auch für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland. Und an diese Regeln müssen sich halt alle halten. Also die ganzen Schulen, Krankenhäuser, Gerichte, Behörden, aber natürlich auch du und ich, also alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und auch alle anderen Gesetze müssen das Grundgesetz beachten. Wenn ihr mich jetzt fragt, welche anderen Gesetze gibt es denn noch so? Viele. Also ich habe mal versucht, so ein bisschen in die Richtung zu recherchieren oder die Frage zu beantworten. Ja, das Grundgesetz kenne ich, aber es gibt hier noch das bürgerliche Gesetzbuch und dann kenne ich noch das Strafgesetzbuch und was hat dann das alles mit dem Grundgesetz zu tun? Ich habe gemerkt, man begibt sich sehr schnell in eine Welt des Schmerzes, wenn man versucht, in die Richtung, wie viele Gesetze gibt es in Deutschland zu recherchieren. Lassen wir es einfach dabei, es gibt sehr, sehr viele, um das mal zu beantworten. Aber wir konzentrieren uns ja auf das Grundgesetz selbst und dann klären wir doch gleich mal, was denn überhaupt so in diesem Grundgesetz drinsteht. Also im Grundgesetz, das hat insgesamt 146 Artikel und der erste Abschnitt des Grundgesetzes enthält die wichtigsten Artikel, nämlich die Grundrechte. Und diese Rechte haben die Menschen in unserem Lande gegenüber dem Staat, gegenüber Behörden und Gerichten und auch für den Umgang der Menschen miteinander sind sie halt wichtig. Und den wichtigsten Artikel kennt, glaube ich, jeder, beispielsweise eben die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe extra im Vorfeld, obwohl ich neugierig war, mir nicht die Artikel angeschaut und nicht genau überlegt, welche Artikel gibt es denn jetzt eigentlich. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, wäre einer, den ich noch hingekriegt hätte. Dann hätte ich, glaube ich, noch sagen können, da gibt es einen über Pressefreiheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, gibt es? Genau, die Freiheit. Und ist das schon die Meinungsfreiheit oder ist das auch noch ein extra Artikel, dass niemand für seine Meinung eingesperrt werden darf oder irgendwie sowas? Das ist, glaube ich, noch ein extra Artikel. Ich möchte jetzt nochmal, ich habe ja das Ding hier, ich kann ja nachschlagen. Blätter, Blätter, das ist auch sehr furchtbar interessant. Nein, das ist jetzt eine freie Entfaltung der Persönlichkeit. Es gibt auch noch, dass zum Beispiel alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, steht da drin. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, dass die unverletzlich sind. Und jeder hat das Recht, eben seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Das sind so die wichtigsten und exemplarisch herausgepickten Grundrechte, die da drin stehen. Das Grundgesetz bestimmt aber natürlich nicht nur die Rechte jeder Staatsbürgerin und jedes Staatsbürgers, sondern in den weiteren Abschnitten wird auch festgelegt, wer in welchen Ämtern welche Rechte und Aufgaben hat. Also da sind zum Beispiel das Amt der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten beschrieben. Natürlich auch das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers und der Bundesministerin bzw. der Bundesminister des Bundestages und des Bundesrates und aber auch der Bundeswehr. Also da steht drin, was deren Aufgabenbereich ist und was halt nicht. Ja, um es mal ganz auf der obersten Ebene zu halten. Ja, ja. Und ja, also was sie machen sollen und was sie machen dürfen. Vereinfacht. Und wie dir schon aufgefallen ist, ist da ganz, ganz viel Bundes in diesem Grundgesetz. Ja, Bundes hier und Bundes da. Ja, und deswegen wird es auch schnell klar, also welche Art von Staat eben das Land sein soll, nämlich eine Bundesrepublik. Und das ist auch drin geregelt und die Republik heißt vor allem, dass es eben kein König und keine Königin gibt. Also eine Monarchie hätte eine Königin oder einen König und eine Republik ist eigentlich schlicht eine Nicht-Monarchie, wenn du so möchtest. Okay, das ist ja interessant, weil gerade das Wort Bundesrepublik ist so ein Wort, das ich quasi natürlich schon lange kenne, aber immer so ohne drüber nachzudenken benutzt habe. Gerade dieser Aspekt des Bundes, also natürlich, wenn ich, sobald ich drüber nachdenke, weiß ich, die Bundesländer und die sind irgendwie anders organisiert und die haben Eigenverantwortlichkeiten. Aber man denkt immer so, ja, Bundesrepublik, das ist einfach das Wort für Deutschland. Genau. Aber da steckt ja echt schon einiges drin. Das ist richtig. Hat mich auch überrascht, weil man es eben so in den tagtäglichen Sprachgebrauch schon drin hat und eigentlich überhaupt keine Ahnung von der Wortbedeutung hat. Bundesrepublik nennt man Deutschland, weil eben die verschiedenen deutschen Länder wie eben Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern Deutschland bilden und in diesem Bund sollen sie zusammenarbeiten. Das ist der Grund dafür. Auch die einzelnen Aufgaben und Rechte der Länder und die gemeinsamen Aufgaben des ganzen Bundes werden im Grundgesetz festgelegt und dort ist halt zu lesen, wer von ihnen die Gesetze entwirft, wer sie überwacht und wer sie durchsetzt. Also diese ganze Legislative, Judikative, Exekutive, also diese Gewaltenteilung ist im Grundgesetz verankert. Okay. Also ganz vereinfacht ausgedrückt, also wenn man es jetzt einem Kind erklären wollen würde, ist das Grundgesetz so ein bisschen wie eine sehr gute und gerechte Hausordnung für Deutschland. Okay. Und das heißt, es deckt nicht alles, alles ab, aber es setzt den Grundstein für quasi alles andere. Genau, weil es gibt ja noch alles Mögliche an Gesetzen und Verordnungen und Texten, die dann eben das Klein-Klein regeln. Aber das Grundgesetz ist eben unsere Hausordnung sozusagen, die so das Grobe miteinander regelt. In vielen ausländischen Staaten wird diese Hausordnung ein bisschen anders genannt, nicht Grundgesetz. Ja. Hast du eine Ahnung wie? Ich glaube, also oft an Constitution, also ich kenne Constitution als Wort im Englischen und ich weiß auch, dass die Franzosen, glaube ich, das nennen. Ja, also Constitution ist das englische Wort. Verfassung, genau, die Verfassung. Ja, allerdings nicht bei uns. Ja, obwohl wir das Verfassungsgericht haben, aber das richtet dann gar nicht über die Verfassung, sondern anhand des Grundgesetzes. Und da wird es jetzt interessant, weil es eben bei uns nicht Verfassung heißt, sondern eben Grundgesetz. Und warum das so ist, das versuche ich dir zu erklären. Hast du ungefähr eine Ahnung, wann unser Grundgesetz entstanden ist? Ich würde denken, nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Bundesrepublik. Ja, da liegst du vollkommen... So, 49 war das? Ja, 50? Ja, du liegst ziemlich richtig. Das ist auch der Grund, warum, also als man sich dieses Gesetz ausgedacht hat, warum es eben keine Verfassung für ganz Deutschland geben konnte. Weil eben die Sowjetunion 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg den östlichen Teil Deutschlands besetzt und die USA, Großbritannien und Frankreich den westlichen Teil Deutschlands. Okay. Ja, also konnte man jetzt quasi keine Verfassung für ganz Deutschland beschließen, weil es gab kein ganzes Deutschland, es gab ein geteiltes Deutschland. Und die Sowjetunion hatte halt aufgrund ihrer Geschichte so ganz andere Vorstellungen von dem Staat und seiner Verfassung als die restlichen Besatzungsmächte. Klingt auch logisch, ne? Ja. Also Frankreich, die USA und Großbritannien, die konnten sich da eher auf ein paar so Gemeinsamkeiten in ihrer Geschichte einigen, ja, und haben halt mehr Gemeinsamkeiten als jetzt mit der Sowjetunion. Mhm. Und deswegen einigte man sich 1948 in der amerikanischen, britischen und französischen Zone und die Besatzer erlaubten es den Deutschen eben eine neue Verfassung zu entwerfen. Ja, aber eben nur die westliche Hälfte sozusagen. Und dazu wurde eine Versammlung einberufen. Also über den Entstehungsprozess gehe ich im Anschluss nochmal ins Detail. Aber grob gesagt wurde eine Versammlung einberufen und in dieser Versammlung einigte man sich auf ein vorläufiges Grundgesetz. Denn die Gründung eines geteilten Deutschlands war eigentlich gar nicht so geplant. Also irgendwie hatte Deutschland immer noch so die Hoffnung, dass es nicht bei einem geteilten Deutschland bleibt. Ah, okay. Und dieses Grundgesetz hatte eben zum Ziel irgendwann Teil einer Verfassung für ganz Deutschland zu werden, für Ost und West. Wie wir wissen, hat das ein bisschen länger gedauert, als man sich vermutlich zunächst gedacht hat. Ja. Aber heißt das, dass das Grundgesetz so ein Provisorium war, um zu sagen, wir machen später eine Verfassung, aber jetzt erstmal nur ein Grundgesetz? Aber Provisorium, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, gar nicht so sehr im Puncto des Inhalts, sondern eigentlich eher im Puncto Namensgebung. Okay. Also man hat bewusst vermieden, dem Ganzen den Namen Verfassung zu geben. Mhm. Ja. Aber jetzt gucken wir uns da nochmal genauer an, wie denn das Grundgesetz eigentlich entstanden ist. Ja, ich habe ja gesagt, es gab eine Versammlung, bla bla bla, aber das war natürlich etwas komplexer, als es trafen sich alte, weiße Männer und haben Grundgesetz beschlossen. Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 vom sogenannten Parlamentarischen Rat beschlossen und am 23. Mai 1949 verkündet. Okay. Ja, also zwischen Beschluss und Verkünden, das habe ich nicht nachgerechnet, aber liegen 15 Tage. Ja. Genau. Nach zwei Wochen. Ausgangspunkt der Einrichtung dieses Parlamentarischen Rates war eine Sechs-Mächte-Konferenz der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der drei Benelux-Länder, die vom 23. Februar bis zum 2. Juni 1948 in London stattfand. Also da haben sich die... An 48. 48. Juni, Februar bis Juni. Also quasi ein Jahr vorher. Und die dort verabschiedeten Londoner Empfehlungen, die enthielten den Auftrag an die drei westlichen Militärgouverneure in Deutschland, die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder zu ermächtigen, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, um die Gründung eines westdeutschen Staates mit einer freien und demokratischen Regierungsform vorzubereiten. Das ist jetzt ein langer Satz, ja. Also die haben Empfehlungen, also die haben ein Papier verfasst und haben den drei, also den westlichen Militärgouverneuren, also USA, Frankreich und Großbritannien, den Auftrag gegeben, die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder zu sagen, pass mal auf, ihr dürft jetzt, macht doch mal Versammlung und macht mal Verfassung. Und waren die, weißt du das, ob die schon demokratisch legitimiert waren, im Sinne von, waren die frisch gewählt oder waren die noch aus der vorhergegangenen, ähm... Die Ministerpräsidenten? Die Ministerpräsidenten. Ich gehe schwer davon aus, dass die demokratisch legitimiert waren, aber das weiß ich jetzt nicht zu 110 Prozent. Aber dann sozusagen noch nach den alten Spielregeln von, war vermutlich in Hitler-Deutschland... Der Weimarer Republik, ja. Genau, okay. Danach dann gewählt und dann, dann durften sie ein Grundgesetz machen, um die neuen Spielregeln für die Zukunft zu machen. Genau, sowas. Jetzt ist aber so, dass die Ministerpräsidenten selbst das, also jetzt gar nicht so, also die haben jetzt nicht losgelegt sofort und sich an die Arbeit gemacht und dieses Grundgesetz entworfen. Ich meine, 145 Artikel, um Himmels Willen. Sondern die haben natürlich erstmal eine Expertenrunde eingesetzt, wie man das halt so macht, ne? Heutzutage würde man wahrscheinlich eine Taskforce einberufen oder einen Ausschuss oder wie auch immer. Und der, also diese Expertenrunde sollte eben die Arbeit dieses Parlamentarischen Rates vorbereiten. Also den sogenannten Verfassungskonvent. Also dieser Verfassungskonvent, der tagte dann, also der tagte vom 10. bis zum 23. August 1948 auf der Insel Herrenchiemsee, im schönen Bayern, im Chiemsee. Und hat halt die Grundzüge, also hat vorbereitend für den Parlamentarischen Rat die Grundzüge des Grundgesetzes erarbeitet für die Verfassung. Ja, also der, genau. Und wer, wer, was waren das für Leute, die da, waren das alles dann Juristen? Apu, das waren, das waren verschiedene, da darfst du mich jetzt nicht, ich hab auch mal eine Liste gelesen mit den Leuten. Es gibt sogar eine Quelle, wo die Biografien aller Mütter und Väter unseres Grundgesetzes nachzulesen sind. Das ist aber auch nochmal eine ganz eigene Nummer, ja. Ja, ja. Ich stelle mir nur so vor, wer ist denn quasi professionell in der Lage, so einen elementaren Gesetzestext quasi zu formulieren? Also ich glaube… Weil da ja alles, alle Fehler und alle Sachen, die man so macht, ja große Auswirkungen haben. Also Dinge, die man auslässt, Dinge, die man reinnimmt, das alles ist dann ja, vervielfältigt sich dann ja quasi… Ja, sagen wir mal so, sie hatten, es ist ja nicht so, dass es sowas nicht gab. Also du musstest ja jetzt nicht sowas vom Reißbrett weg erfinden, sondern du konntest dich ja an der Verfassung zum Beispiel der USA anlehnen. Also es ist schon auch sehr stark geprägt von der amerikanischen Verfassung. Also die mussten das jetzt, also auch allein die Dauer, also vom 10. bis zum 23. August, das sind ja auch irgendwie so knapp zwei Wochen, so ein Grundgesetz aus dem Boden zu stampfen oder zumindest halt die Grundzüge. Das geht jetzt nicht, wenn man sich nicht a. darüber im Klaren ist, was da im Grunde schon rein muss und b. wenn man sich ständig um irgendwelche Details zanken würde. Sondern die wussten schon ganz genau, wo sie hinwollen und demnach ging es relativ fix. Ja, ich habe mir, als ich die Zahlen gelesen habe, dachte mir, ja, wenn man so heutige Debatten verfolgt in der Politik, wo sie sich nicht über die Farbe von Exkremente einigen können, dann ist das schon flott, ja, für so ein Grundgesetz. Ja, ja. Und dadurch sollte eben auch die Stellung des Kanzlers gestärkt werden, damit er eben nur abgewählt werden kann, wenn sich dafür unter den Vertretern des Volkes im Deutschen Bundestag eine Mehrheit finden ließ und wenn zugleich ein neuer Kanzler gewählt würde. Also sie wollten auf gar keinen Fall eine Wiederholung sozusagen der Geschichte und haben also das in die Verfassung schon so eingearbeitet oder in das Grundgesetz, dass halt die Rolle des Bundespräsidenten extrem geschwächt wurde und die Rolle des Bundeskanzlers extrem gestärkt wurde. Der Bundespräsident ist ja heutzutage, also gegen so zweimal Republik, eigentlich nur mal ein, naja, ein Repräsentant mehr oder weniger, der hat mehr so repräsentative Aufgaben. Genau und ich erinnere mich, da erinnere ich mich noch an meinen PW-Unterricht, dass der quasi theoretisch Gesetze, also der alle Gesetze unterzeichnen muss und theoretisch diese Unterschrift verweigern kann, dass das aber in der Praxis quasi nie vorkommt oder nur in krassen Ausnahmefällen. Ich glaube, ich kann mich an einmal erinnern, wo das quasi diskutiert wurde, ob der damalige Bundespräsidenten im Gesetz nicht zustimmen sollte. Ich kann mich auch einziehen, ja. Aber ich weiß keine Details mehr, aber ja, genau, das sieht man ja, weil ich glaube, es war doch noch, da sind jetzt meine dürftigen Geschichtskenntnisse, aber es war glaube ich damals noch der Bundespräsident der Weimarer Republik, der dann auch Hitler ernennen konnte und so, der dann quasi schon weitreichende Autoritäten hatte, die halt heutzutage einfach gar nicht mehr machbar sind durch das Gutgesetz. Richtig. Ja, man hat aus seinen Fehlern gelernt. Das würde man sich des Öfteren wünschen, ja, in der Geschichte, aber in dem Fall schon. Letztendlich kam es halt zu einem Abschlussbericht und der hat 95 Druckseiten umfasst und der bildet eben die Basis für die Beratungen des Parlamentarischen Rates. Der hat sich am 1. September 1948 mit einem Festakt im Lichthof des Museum König in Bonn feierlich konstituiert. Okay. Also da wurde der Parlamentarische Rat ins Leben. Mit einer Party losgelegt. Ja, sozusagen, also wie man halt damals so gefeiert hat, ne, in Bonn. Ja. Wenn man es runterbricht, war dieser Parlamentarische Rat so eine Art westdeutsche Ersatzregierung, weil es eben noch keine gewählte gab. Also es gab noch keine gewählte Bundesregierung zu der Zeit. Und in diesem Parlamentarischen Rat saßen 65 Abgeordnete verschiedener Parteien, darunter nur oder immerhin, je nachdem wie man sieht, vier Frauen. Okay. Also ich war überrascht, diese Zahl, dass überhaupt Frauen dabei waren, also für die damalige Zeit muss man sagen. Heutzutage würde man sagen nur. Damals hätte ich gesagt, ja, immerhin. Ich überlege gerade, ob ich noch zusammenkriege, wann Frauenwahlrecht und so in Deutschland eigentlich, aber das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist, ja, auf jeden Fall zu der Zeit hätte ich jetzt auch, wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn gar keine Frau mit dabei gewesen wäre. Ja, finde ich gut. Dann, wie setzt sich dieser Rat zusammen? Also CDU, CSU und SPD stellten insgesamt 27 Abgeordnete, die FDP 5. Die DP, das ist die Deutsche Partei, KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands und die Zentrumspartei jeweils zwei Delegierte. Genau. Und der Präsident des Parlamentarischen Rates ist kein Unbekannter. Er ist aus der CDU, hast du eine Ahnung, wer das ist? War das schon der Adenauer? Das wäre jetzt der einzige, der mir aus der Zeit einfällt. Ja, das war der Konrad Adenauer, tatsächlich. Okay. Die Abgeordneten waren von den damals elf Landtagen der westlichen Besatzungszonen gewählt worden. Und sie stimmten darüber ab, ob zukünftig das Grundgesetz als Verfassung gelten sollte. Und da gab es eben 53 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Und bis auf ein einziges Bundesland erkannten alle Länder durch ihre Parlamente dieses Dokument quasi als Verfassung des neuen gemeinsamen Staates an. Und jetzt rate doch mal, welches Bundesland es nicht anerkannt hat. Da gibt es natürlich mal so ein paar Kandidaten. Aber ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus als erstes Bayern gesagt, der Freistaat, der sagt, nein, wir haben unsere eigenen Pläne. Exakt. So ist es. Ja. Es war Bayern, die haben dem Grundgesetz nicht zugestimmt, wohl aber seiner Aufnahme als Bundesland in die Bundesrepublik. Ja. Okay. Und also das heißt, die hatten, wie hat das funktioniert, dass sie mitspielen, durften, ohne sich an die Hausauszahlung zu halten. Ich meine, letztendlich wurde die bayerische Verfassung ja sowieso immer unterminiert, weil Bundesrecht bricht, Landesrecht. Punkt. Ja. Ja, also das ist ja auch im Grundgesetz drin. Und letztendlich war das, glaube ich, eher, also ich habe versucht auch herauszufinden, ja, was ist dann? Ist man dann alleine? Ja, also was macht dann Bayern ohne Grundgesetz? Nee, die mussten sich schon ans Grundgesetz halten. Sie haben halt, das war wahrscheinlich eher so ein... Mit dem Fuß aufstampfen. Ja. Nein, wir wollen unser eigenes... Was weiß ich. Vielleicht weiß ja der ein oder andere, die ein oder andere Hörerin etwas mehr zu diesem Thema, aber ich habe jetzt da nichts rausgelesen. Also die mussten sich natürlich ans Grundgesetz halten und Bundesrecht bricht Landesrecht. Insofern gab es da jetzt auch keine Diskussionen. Und sie haben ja auch der Aufnahme als Bundesland in die Bundesrepublik zugestimmt. Und somit war der Tag der Unterzeichnung des Grundgesetzes gleichzeitig der Tag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Okay. Genau. Und das war am, das war dann am 23. Mai? Nee, das war, das war, weil es verkündet wurde, ne? 1949. Ähm, Moment, am, was ist es scrollen, 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 verkündet wurde es am 23. Mai. Okay, aber das ist nicht der Tag der Unterzeichnung oder ist es auch der Tag der Unterzeichnung? Nee, unterzeichnet wurde es am 8. Da wurde es beschlossen und am 23. Mai wurde verkündet. Möchtest, möchtest du hören, wie das geklungen hat? Ja, gerne. Ich habe nämlich einen Audioschnipsel mitgebracht. Oh ja, das ist ja super. In dem Konrad Adenauer, ähm, ja, das Grundgesetz verkündet. Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrag, des Parlamentarischen Rates, das Grundgesetz im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen vom Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz beschlossen. Mühe alle Zeit, der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke. Okay. Ist irgendwie, ähm, ich habe das gehört und irgendwie war ich schon so ein bisschen bewegt, ja, weil irgendwie, wenn man sich so dieser historischen Bedeutung dieses Moments so bewusst wird, ähm, ja, es ist, es ist, um es in der Jugendsprache zu sagen, es ist ein krasser Moment für Deutschland gewesen. Ja, ja, vor allem, ähm, wenn, er hat ja schon, schon Dinge wie Europa erwähnt in der Verkündung, ne, also, was gerade dann diese direkten Geschichte da ist, aus den Jahren davor, halt dann eben ein krasses Statement ist, ne, zu sagen, äh, in der Verkündung von unserem Grundgesetz, was uns als Nation definiert, ähm, erwähnen wir gleich, dass wir ein Teil von Europa sind, dass wir, äh, gleich die anderen Länder mitdenken und ernst nehmen. Und es ist nicht ein, ah, wir sind die große Nation, sondern das ist, das ist unsere Grundlage und wir freuen uns darauf, ein Teil von Europa zu sein. Ja. Das ist schon, ähm. Beeindruckend, ne? Ja, es ist schon beeindruckend. Ja, das ist halt, ähm, der europäische Gedanke halt jetzt nichts Neues ist, sondern so alt wie unser Grundgesetz, ne? Ich habe noch ein Zitat von, von Herrn Adenauer vom 23. Mai, war jetzt nicht Teil dieses Audioschnipsels. Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland ersteht. Mhm. Ja. Ja. Das ist, ja. Ja, ich versuche die ganze Zeit das quasi einzuordnen, beziehungsweise mir vor Augen zu führen, wie das halt damals gewesen sein muss, ne? Schwarz-Weiß. Erstens alles in schwarz-weiß, ähm, aber halt auch noch alles im Aufbau und so, ne? Also das ist, also alles noch zerstört und... Apropos Aufbau. Ähm, wir haben ja jetzt in meiner Geschichte eine, eine Hälfte Deutschlands ganz außen vor gelassen. Mhm. Ja, wir sprechen ja immer noch von dem, von dem, von dem westdeutschen Teil. Und in der sowjetischen Besatzungszone, ähm, gab's ja keinen parlamentarischen Rat, sondern da gab's den deutschen Volksrat. Mhm. Und der hatte schon im März 1949 einen eigenen Verfassungsentwurf gebilligt. Mhm. Und der begründete die Deutsche Demokratische Republik mit ihrer SED-Diktatur. Ja. Also das... Hast du irgendwas darüber gelesen, ob das so ein, so ein, so ein Wettlauf zwischen den beiden war, dass, dass sie, äh, geguckt haben, wer von beiden quasi schneller ein richtiger Staat wird? Ja, es gab, ähm, tatsächlich, also ich hab ja eingangs erwähnt, dass man eigentlich nicht, diese Teilung eigentlich nicht haben wollte, ähm, aber, ähm, dann ging's halt los mit, mit kalter Krieg. Und die Sowjetunion wollte sich halt, ähm, Ostdeutschland, ja, permanent einfallen. Leiben, wenn man's mal so ausdrücken will. Und hat durchaus, ähm, den Vorgang etwas beschleunigt, um's mal so auszudrücken. Ja, damit... Weil es klingt so, ne, das ist halt nur zwei Monate vorher, die sagen, haha, wir sind jetzt übrigens auch schon ein Staat. Andersrum kann man auch sagen, ne, das sind ein paar weniger Bundesländer und ein anderes Format. Vielleicht war das auch quasi einfach die schnellere Variante, zu so einem Dokument zu kommen. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist schade, also der, der, der beginnende Kalte Krieg spielte da definitiv eine Rolle in diesem Prozess, so dass es halt im Prinzip die, ähm, DDR, ähm, vor der Gründung der Bundesrepublik gab, zwei Monate vorher schon, ja. Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes fanden dann am 14. August 1949 die Wahlen zum ersten Bundestag statt. Und, ähm, der hat sich dann am 7. September gemeinsam mit dem Bundesrat in Bonn konstituiert. Mhm. Und, ähm, die erste Bundesversammlung wählte dann am 12. September des gleichen Jahres Theodor Heuss zum Bundespräsidenten. Und der Bundestag am 15. September Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler. Hm. Das ist alles in einem Jahr. Ja. Also im Mai, äh, in dem Mai wurde es verabschiedet, am, ähm, am 14. August die ersten Wahlen und am 15. September gab es den ersten Bundeskanzler. Das könnte man, heute vermisst man manchmal so eine Beschleunigung in den politischen Entscheidungsprozessen. Ähm, ähm, ich denke an die, die letzte Bundestagswahl war doch, da hat es sich doch ewig hingezogen, ne, bis es überhaupt eine Regierung gab, die sich konstituiert hat. Da war nichts mit August wählen, September Kanzlerin oder Kanzler einen, das war viel länger. Aber es sind auch andere Verhältnisse jetzt, ähm, als, als damals. Das ist wohl wahr. Naja, und von diesem ursprünglichen Traum, quasi eine Verfassung für das vereinte Deutschland zu schaffen, hat es ja dann nur noch etwas mehr als 50 Jahre gedauert. Mhm. Ja. Ähm, als sich dann halt der westdeutsche Teil und der ostdeutsche Teil wiedervereinigen. Und damit galt, oder gilt, das Grundgesetz aber jetzt für das gesamte deutsche Volk. Heißt aber eben noch Grundgesetz. Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Gibt es einen Grund, warum man es dann nicht umbenannt hat, warum man dann nicht gesagt hat, Deutschland hat jetzt eine Verfassung, jetzt wo es geeint ist? Nö. Okay. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach sehr kompliziert ist, weil halt schon dann 50 Jahre sozusagen aufbauende, Gesetzestexte entstanden sind. 50 Jahre, genau, 50 Jahre Grundgesetz, ähm, und, ähm, da kommen wir halt zu einem Punkt, der jetzt, also, wenn man jetzt, also 50 Jahre, heißt ja jetzt nicht, dass diese 50 Jahre spurlos an so einem Grundgesetz vorübergehen. Mhm. Ja, und mittlerweile ist es ja sogar noch älter. Und, äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, naja, so ein Grundgesetz, das kann ja auch einmal so geändert werden, ne? Also, wenn einem das nicht passt. Ähm, nein. Ja, also so ein Grundgesetz stellt man dann jetzt einfach so auf, um es dann irgendwie mal so eben, wie es einem halt gar passt, wieder zu ändern. Ähm, sondern das Grundgesetz kann, ähm, nur, ähm, kann als Bundesverfassung nur durch einen Text des Grundgesetzes ausdrücklich ändern, also durch ein Bundesgesetz verändert werden. Mhm. Ja. Ja. Ähm, mit den Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder des Deutschen Bundestages und mit zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Also es ist eine ganze Menge. Genau, ja, also so eine, so eine Gemeinsamkeit zu finden, ist schon nicht leicht. Also du musst einen Gesetzestext, ein Bundesgesetz erlassen, mit der zwei Drittel Mehrheit aus Bundesrat und Bundestag, um das Grundgesetz überhaupt ändern zu dürfen. Und das ist ja meistens mehr, als quasi eine Regierungsmehrheit ist, diese zwei Drittel, weswegen man das nicht einfach durchpeitschen kann. Genau, also man kann jetzt nicht einfach sagen, man hätte jetzt einen, äh, eine Regierung, äh, die sagt so, hey, wir müssen jetzt, die Würde des Menschen müssen wir irgendwie, wahrscheinlich sind das die absolut unveränderlichen Artikel, aber irgendeinen anderen Artikel müssten wir jetzt ändern, um weitere, äh, Rechte des Staates gegenüber des Bürgers zu haben. Das geht halt nicht so einfach, ne? Das sind, durch diese Hürden, ähm, da kommen wir auch relativ darauf verlassen, dass das Grundgesetz so bleibt. Da kommen wir auch zu einem Punkt, äh, du hast es gerade angesprochen, ähm, natürlich kann man nicht einfach alles ändern, sondern es gibt, äh, in unserem Grundgesetz eine sogenannte Ewigkeitsklausel, ähm, oder die sogenannte Ewigkeitsgarantie, und die ist, ähm, im Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes, äh, und die gibt quasi eine Bestandsgarantie, für verfassungspolitische Grundsatzentscheidungen. Das heißt, ähm, die Grundrechte der Staatsbürger, die demokratischen Grundgedanken und die republikanisch-parlamentarische Staatsform dürfen auch im Wege einer Verfassungsänderung nie angetastet werden. Okay, also sie können nicht auf einmal eine Monarchie werden, selbst wenn zwei Drittel des Bundestages und Bundesrats dazu stehen. Also auch die Grundrechte, äh, kannst du nicht einfach ändern, ja, also die bleiben unveränderlich. Ähm, auf dieselbe Weise sind auch die Würde des Menschen und die Gesamtstruktur der Bundesrepublik als die eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats geschützt. Auch unabänderlich. Nichtsdestotrotz gab es aber Änderungen. Und in den vergangenen mehr als 70 Jahren ist tatsächlich jeder zweite Artikel des Grundgesetzes verändert worden. Und einige davon sogar mehrfach. Und, ähm, insgesamt wirken sich die 63 Änderungsgesetze auf 235 einzelne Artikel aus. Mhm. Und zu den ersten bedeutenden Akten zählen die deutsche Wiederbewaffnung durch Gründung der Bundeswehr im Jahr 1956. Ja, also die, ähm, Bundeswehr war ja entwaffnet. Also eigentlich nicht mehr existent, ja. Und, ähm, da, also als ich die Bundeswehr wieder gründen durfte, musste das natürlich im Grundgesetz verankert werden. Ich habe jetzt den konkreten Text nicht, ähm, äh, nicht gelesen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es irgendwo im Grundgesetz drinstehen musste, ja, von den Besatzern so gewünscht, äh, dass sich, ähm, Deutschland halt nicht einfach wieder so bis auf die Zähne bewaffnen darf. Ja. Oder keine Bundeswehr mehr haben darf oder so. Genau, ich meine mich zu erinnern an meinen Unterricht damals, dass es so eine, so eine Obergrenze gab, die, äh, so einen Prozentsatz der Bevölkerung und das war ein ziemlich kleiner, äh, Prozentsatz, der quasi tatsächlich, äh, bewaffnet werden durfte und keine schweren Waffen und lauter so Sachen, ne. Also es war eine sehr, sehr stark verkleinerte Armee, die eben nicht mehr in der Lage ist, einen Angriffskrieg zu führen. Ja. Und das wurde dann eben, ähm, im 56, ähm, wurde durch die Gründung der Bundeswehr, also 56, ähm, gab es eine Grundgesetzänderung, die, äh, Notstandsgesetze von 1968 und die Finanzreform von 1969, sowie die Herabsetzung der Wahlberechtigung von 21 auf 18 Jahren. Das waren so die bedeutendsten Änderungen am Grundgesetz. Dann gab es noch, ähm, Änderungen, die im Vollzug des Einigungsvertrages notwendig waren, also, ähm, eben die Präambeln zur Geltungsbereichserstreckung auf die neuen Bundesländer, ja, also im Zuge der Wiedervereinigung, klar, musste man ändern. Ähm, 1992 wurde dann der Wiedervereinigungsartikel zum Europaartikel umfunktioniert, also wurde die, ähm, die Position Europas noch einmal in unserem Grundgesetz gestärkt. Mhm. 1994 wurde der Umweltschutz zum Staatsziel erklärt und im Zuge von Artikel 20a unseres Grundgesetzes eingeführt. Fand ich auch interessant. Ja. Wenn man sich das Verhalten unserer Bundesregierung so anguckt, könnte man nicht meinen, dass das der Umweltschutz das Staatsziel ist. Weißt du, ja, das würde ja bedeuten, dass man theoretisch als Laie gesprochen eine Verfassungsklage machen kann gegen die Bundesregierung, weil sie das Staatsziel des Umweltschutzes missachtet. Interessant. Ja. Ähm, was haben wir noch Schönes? Durch die Einführung der Absätze 3 bis 6 des Artikels 13 wurde 1998 die sogenannte akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht und bei anhaltend negativer Presse vom Bundesverfassungsgericht 2004 gebilligt. Da erinnere ich mich nicht dran, der große Lauschangriff, das war das Schlagwort damals, daran erinnere ich mich noch. Ähm, ja, okay, das ist durchgekommen und ist jetzt quasi verankert. Ja, richtig. 2009 wurde letztendlich die Schuldenbremse zur Bekämpfung der Staatsverschuldung Deutschlands eingeführt, indem Artikel 109 einen dritten Absatz erhielt, der es den Haushalten verbot, Krediteinnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu verwenden. Mhm. Ja, also das war eine der letzten großen Änderungen unseres Grundgesetzes. Ja, also über den Inhalt unseres Grundgesetzes könnte ich jetzt, könnte man wahrscheinlich irgendwie noch Stunden lang quatschen. Wie gesagt, das sind, ähm, ja, lass uns das machen. Das sind 145 Artikel. Ich habe den, ähm, es sind auch sämtliche Änderungen hinten im Anhang des Grundgesetzes noch einmal verzeichnet, wann die geändert wurden. Also erste Änderung, ähm, 1951 und die letzte Änderung, ach, das war nicht die letzte, äh, war, ähm, 2019. Gesetz zur Änderung, ja. Ich weiß jetzt aber nicht welches. Da stehen jetzt auch nicht, da stehen immer nur die Artikel drin, da müsste man jetzt nachblättern. Aber insgesamt sind es jetzt hier im Büchlein 63 Änderungen. Ja, das ist dann da doch intuitiv ein ganz schön dynamisches Grundgesetz, weil, ja, von meiner, von meiner naiven Auffassung ist es ja wirklich so mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Und da geht man nur in Ausnahmefällen ran, sowas wie jetzt Notstandsgesetze oder sowas wäre jetzt das, was ich quasi leicht, äh, eher mir denken würde, dass man das macht. Aber das macht halt 63 Mal, ähm, na gut, jetzt auch in 70 Jahren. Aber es ist fast eine Änderung, fast eine Änderung pro Jahr. Ja, aber du musst, du musst auch bedenken, ähm, ich habe ja jetzt wirklich nur gestreift, was, was dieses Grundgesetz enthält. Und jeder oder die meisten von uns, und ich nehme mich da nicht aus, kennt halt die prominentesten Vertreter aus diesem Grundgesetz, aber da wird ja auch noch, da wird eben die Zusammensetzung der Bundesregierung geregelt, die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern wird geregelt, ja. Und wie du dir halt vorstellen kannst, das ist ja alles dem Laufe der Zeit unterworfen, ja, und es kommen einfach neue Dinge hinzu, neue Herausforderungen hinzu. Ähm, das Land modernisiert sich ja auch in gewisser Weise, und manche Dinge werden wahrscheinlich auch obsolet, ja. Und die Gesetzgebung ist halt geregelt, die Gemeinschaftsaufgaben, die Rechtsprechung, das Finanzwesen, der Verteidigungsfall, Übergang zum Schlussbestimmungen gibt es noch im ganzen Haufen. Also, das sind alles Punkte, wo, ja, wo man halt dann feststellt, dass die heutige Zeit, dass es immer wieder Anforderungen gibt, wo das Grundgesetz keine eindeutige Position dazu bezieht und wo man es aber als erforderlich erachtet, das zu tun. Und dann bringt man halt einen Gesetzestext ein und lässt im Zweifelsfall das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob man das so machen darf. Ja. Also, ich sag mal so, das Bundesverfassungsgericht ist jetzt nicht, also eigentlich nicht das Organ, das zwingend dazu erforderlich ist, aber anscheinend gab es halt keine, also hat halt jemand geklagt und dann muss das Bundesverfassungsgericht das eben klären, ob das dann eine zulässige Gesetzesänderung ist oder nicht. Mhm. Okay. Ja, damit wäre ich am Ende meines Exkurses durch unser Grundgesetz und ich habe mir jetzt gedacht, also was mich dann so beschäftigt hat, war jetzt gar nicht so sehr die Frage, wie denn das Grundgesetz in anderen Ländern so aussieht, sondern vielmehr die Frage, welche Länder denn überhaupt eins haben. Da fällt mir nämlich ein, dass zum Beispiel das Vereinigte Königreich ja keins hat, was man so. Naja, zumindest nicht eines, wie wir es kennen. Ja, also ich habe halt festgestellt, dass es im Prinzip hat jedes Land, also die meisten der 195 Länder dieser Welt verfügen über eine gutgeschriebene, eine sogenannte kodifizierte Verfassung. Und dann gibt es ein paar wenige, die stützen sich aber stattdessen irgendwie auf mehrere Dokumente zur Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Und das ist unter der Bezeichnung unkodifizierte Verfassung bekannt. Und die, das ist irgendwie, die setzt sich halt irgendwie so aus einem losen Regelwerk. Ich habe mir da vom geistigen Auge, habe ich dann irgendwie so einen zerflederten Aktenordner, wo man halt irgendwie mit so einem total abgegriffenen Register sich dann halt irgendwie die Verordnungen raussucht. Und ja, es gibt halt kein einziges großes Dokument und keine schriftliche Verfassung in solchen Ländern. Und die als Verweise verwendeten Dokumente können Kommentare von Justiz- und Rechtsexperten enthalten, beispielsweise. Und deswegen wird so eine unkodifizierte Verfassung manchmal auch als ungeschriebene Verfassung bezeichnet, obwohl das eben nicht ganz zutreffend ist. Da die Elemente in mehreren Dokumenten niedergeschrieben sind, also durchaus schriftlich, aber halt jetzt nicht in ein großes Ganzes gegossen. Das finde ich auch schöner, wenn es so einen Ältesten oder eine Älteste gäbe, die sich halt immer so erinnern muss. Und die fragt man dann immer an. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten das, glaube ich, in den 60ern haben wir das, glaube ich, so und so gemacht. Ja, genau. Für das dann die Rechtsnorm. Wir fragen die Älteste. Dann wäre es tatsächlich ungeschrieben. Naja, in gewisser Weise könnte man diese Analogie natürlich schon auf das Vereinigte Königreich anwenden. Da gibt es eine Älteste. Du hast es ja genannt, welche Länder denn eine solche unkodifizierte Verfassung haben. Das Vereinigte Königreich gehört tatsächlich dazu. Es gibt aber noch vier andere Länder. Und zwar Israel, Neuseeland. Okay. Wer wundert es? Saudi-Arabien und, jetzt kommt's, Kanada. Kanada? Ja. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Bei allen anderen kann ich mir irgendwie aus der Geschichte das herleiten. Saudi-Arabien, eine sehr starke Monarchie, vielleicht dadurch nie das Bedürfnis gehabt. Israel, ein junger Staat, dessen Territorien und all die Sachen sind so stark umstritten, dass ich mir vorstellen kann, dass selbst quasi eine Festschreibung des Gültigkeitsbereiches schon ein großer Konflikt ist, was da irgendwie das verhindert. Ja, Neuseeland halt auch irgendwie, wobei da bin ich auch ein bisschen überrascht, dass die, ich meine, wenn Australien eine Verfassung haben kann, warum kann Neuseeland dann keine richtige haben? Aber scheinbar, aber Kanada ist tatsächlich der Punkt, wo ich mich wundere. Das Neuseeland, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, wenn ich jetzt hier mit Kolonialismus komme und Neuseeland und England und so, vielleicht hat es damit was zu tun, aber da bin ich jetzt nicht genug. Ja, also genau, ich weiß auch, ein Teil des Commonwealth und eng verbandelt mit England, aber da weiß ich nicht. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ja. Aber bei Kanada hat es mich tatsächlich überrascht, weil ich irgendwie so in meiner Wahrnehmung, in meiner naiven Wahrnehmung eigentlich Kanada als ein extrem demokratisches, liberales, fortschrittliches Land wahrgenommen habe. Also Justin Trudeau trägt da sicherlich einen Teil dazu bei, zu diesem Image. Aber dass die keine niedergeschriebene Verfassung haben, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja. Aber trotz allem war ich dann schon überrascht, weil, sagen wir mal so, es gibt ja schon so ein paar Länder, wo ich jetzt so aus dem Bauch raus gesagt hätte, ja, wieso, die haben doch nie und immer eine Verfassung oder was, wenn ja, was steht da drin oder dann hält sich oder wenn da was Gescheites drinsteht, dann hält sich da keiner dran, offensichtlich. Es gibt halt schon ein paar Länder auf dieser Erde, wo ich jetzt mal sagen würde, gäbe es da dort eine Verfassung, in der ähnliche oder identische Grundrechte derer in unserem Grundgesetz drinstehen, dann werden die da offensichtlich mit Füßen getreten oder einfach komplett missachtet. Also eine Verfassung zu haben und eine Verfassung zu achten, glaube ich, sind auch nochmal ganz unterschiedliche. Außerdem kannst du ja verschiedene Regierungsformen in so eine Verfassung reinschreiben. Also so eine Verfassung muss ja nicht zwingend gut sein, um es mal so zu sagen. Wir haben halt ein, also unsere Verfassung hat sich halt relativ gut bewährt. Also die ist sehr stabil, kann man so sagen und ist auch sicherlich schon in das ein oder andere Land exportiert worden, aber nicht alle Länder haben eine so gute Verfassung, das kann, das ist jetzt mehrdeutig, ein so gutes Grundgesetz wie Deutschland. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt kein Patriot, bei weitem nicht, aber ich denke, dass das Grundgesetz tatsächlich etwas ist, auf das man als Deutscher stolz sein kann. Das ist auch mein Gefühl. Ich bin, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin extrem kritisch mit sehr, sehr vielen Aspekten in Deutschland und würde bei weitem davon mich, also mich, das von mir weisen zu sagen, Deutschland ist irgendwie das tollste Land, was es gibt oder dass wir alles richtig machen würden oder so. Aber was so die Verfassung und viele Grundstrukturelemente des Staates angeht, also wie Gewalten geteilt sind, wie unsere Wahlen funktionieren und so, muss ich schon sagen, dass da sehe ich schon wenig Länder, die das sehr viel besser machen, als das im deutschen Grundgesetz festgeschrieben ist. Also auch da bin ich wirklich, das ist so ein Punkt, fühle ich mich mal so ein bisschen so jetzt an Jan Böhmermann erinnert, der das ja auch so hoch hält, sodass das Grundgesetz, der hat ja nicht sogar so einen Song dafür gemacht, aber jedenfalls, der das so popularisiert hat, zu sagen so, hey, es ist geil, dass wir so ein Grundgesetz haben. Das haben nicht alle, es haben nicht alle in der Qualität und nicht bei allen ist das so, wird das so geachtet wie bei uns. Das ist schon gut. Ja, und mein Appell oder mein Fazit jetzt zu dieser ganzen Sache war, also für mich war es ein unglaublich interessanter Exkurs in unser Grundgesetz oder auch in die Entstehung, die wie immer viel, viel interessanter und aufregender ist, als man sich das so vorstellt, wenn man dieses graue, unscheinbare Büchlein sieht. Wie gesagt, vor allem wenn man im Kontext der Geschichte sieht, wie das Grundgesetz entstanden ist, hat sich Deutschland im Prinzip aus der Asche des Zweiten Weltkriegs erhoben und trotz oder gerade wegen der Besatzungsmächte einfach zu einem demokratischen Staat entwickeln können. Und das ist nicht selbstverständlich. Das hätte anders laufen können. Und da darf man den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes, und ich denke eine ganz treibende Kraft war Konrad Adenauer, durchaus Respekt sollen für das, was sie damals auf die Beine gestellt haben. Und wenn ihr euch jetzt interessiert für das Grundgesetz, ich finde, und das wollte ich auch mal zur Sprache bringen, ich habe schon mal in einer älteren Folge zum Thema Europäische Union recherchiert und es ist unfassbar, welche Quellen es auch von offizieller Seite gibt. Also seitens unserer Bundesregierung oder seitens der Europäischen Union. Ihr könnt auf deren Homepage gehen. Es gibt unglaublich viele Dokumente, es gibt unglaublich viel Wissen auf unterschiedlichen Ebenen auch aufbereitet. Gerade zum Thema Grundgesetz habe ich mich tatsächlich auch an Artikeln bedient, die für Kinder gedacht sind, für Schüler, weil die sehr, sehr verständlich auch geschrieben sind. Auch, wie gesagt, mein Exemplar des Grundgesetzes konnte ich kostenlos anfordern. Man kann sich das komplett online angucken. Also da gibt jede Menge offizielle Quellen. Also ich musste wirklich ganz selten irgendwie mal auf Wikipedia oder so zurückgreifen. Das war eigentlich so mein Ausgangspunkt und habe dann auch mal ein Video angeguckt auf YouTube, das Ganze noch etwas einfacher runterbricht und habe auch alles schön in den Show Notes verlinkt, wenn ihr da Interesse habt. Natürlich sind da auch Wikipedia-Artikel dabei, aber man darf das nicht unterschätzen, was unser Bund an Informationsmaterial zur Verfügung steht. Also das, alle Achtung, da bin ich auch überrascht. Das heißt, da wahrscheinlich findet man die meisten Links dazu dann unten in der, was heißt unten? Unten in der Videobeschreibung wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja nicht bei YouTube. Doch, sind wir auch. Sind wir auch. Wir sind auch bei YouTube. Ja, ja. Aber dann unten in der Videobeschreibung. Wir sind da ohne Bild. Keine Angst. Ach ja. Da ist nur so eine Waveform, so eine Audio-Waveform von uns zu sehen. Aber man kann uns auch auf YouTube hören. Tatsächlich. Ich verstehe zwar nicht, das ist etwas, was mir fremd ist, aber. Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer auf YouTube. Genau, aber wenn ihr nicht auf YouTube seid, dann könnt ihr das in den Shownotes finden, in der Podcast-App. Da sind dann alle Links und auf der Webseite natürlich. Falls ihr euch wundert, was zur Hölle denn diese komischen Shownotes sind, von denen wir faseln, dann habt ihr vermutlich den falschen Podcast-Client. Dann hört ihr uns über Spotify. Das ist zwar schön, dass ihr uns hört. Wir finden das toll. Sehr, sehr, sehr. Aber leider unterstützt Spotify ein paar Podcast-Standards nicht. Ist zwar sehr bequem, aber Shownotes könnt ihr dann aber auf unserer Homepage nachlesen. Genau, da findet ihr alle Links und weiterführenden Informationen. Genau, da gibt es auch Bilder. Also da habe ich nochmal ein schönes Bild reingepackt von der Verkündung. Also zu dem Audioschnipsel. Dann könnt ihr euch quasi exakt an der Stelle, wo da die Verkündung eingespielt wird, könnt ihr euch das Bild angucken und dann vor dem geistigen Auge hinher. Whatever. Ja, dann wäre ich soweit durch mit Grundgesetz. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Fragen habe, die nicht zu kompliziert sind, weil die ich dann selber nicht beantworten könnte, wenn ich das recherchiert hätte. Sowas wie, was irgendwie der kontroverseste Artikel ist in unserem Grundgesetz oder was dein Lieblingsartikel ist oder sowas. Aber ich glaube, das geht zu weit. Und was ist das für eine Aussage, wenn man sagt, mein Lieblingsartikel ist irgendein anderer als einer der Grundrechte. Dann heißt es, findest du die Grundrechte weniger wichtig als das Recht, keine Ahnung, auf Bundespräsidenten. Ich muss gerade so lachen, weil es ist jetzt wahrscheinlich furchtbar klischeehaft, aber das ist vielleicht etwas, was man Juristen fragen kann. Hast du einen Lieblingsartikel? Nein. Die haben bestimmt so, bei einem Bier streiten die sich bestimmt darüber. Vermutlich. Ihr redet nicht mit dem da hinten am Tisch, der ist ein Artikel-5-Liebhaber. Und alle so, ha, 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 ha. Artikel-5, der Idiot. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, was in Artikel-5 steht. Ich weiß es auch nicht. Nee, nee, es passt schon so. Also ich habe keinen Lieblingsartikel. Ich muss mir das auch nicht durchlesen. Es wird aber einen permanenten Platz in meinem Buchregal finden. Und das ist auch etwas, was man immer mal hervorholen kann, wenn Gäste da sind, um mit seinem Anspruch zu protzen, wenn man das Grundgesetz zu Hause hat. Habt ihr denn überhaupt das Grundgesetz gelesen? Ja, guck doch mal, wie schön es ist. Silbergrau. Ja. Gut. Dann jetzt ist es an dir, mir eine Aufgabe zu stellen, ein Thema für das nächste Mal. Ja, in der Tat. Es ist so, dass ich am Anfang, also bevor ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich kurz mal mit den Gedanken gespielt, dir ein Heimspiel zu verschaffen und dir eine Frage aus der Biologie zu stellen, die mir schon länger quasi unter den Nägeln brennt. Die hebe ich mir aber jetzt auf. Weil ich, wie gesagt, also Spaß beiseite, die Recherche war jetzt, das war jetzt kein Schmerz für mich. Also mir macht das immer Spaß, egal wie das Thema zunächst abschrecken mag, aber wenn man sich mit sowas beschäftigt, also mir gefällt das und ich schätze dich auch so ein und deswegen glaube ich, dass das nächste Thema so erschreckend ist für dich klingen mag, wenn du in der Recherche genauso interessant wirst. Und zwar möchte ich von dir wissen, wie funktioniert die Börse? Oh Gott. Das ist aber was, was ich mich selber oft gefragt habe. Siehst du? Und wo ich auch selber noch keine abschließende Antwort bekomme, mit der ich selber zufrieden war. Also es wird eine Herausforderung für mich, aber ich bin mir sicher, es wird spannend. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das verstanden haben zu werden können. Dürfen, genau. Und für dich dann das nächste Mal, wie funktioniert Futur 2, damit ich das auch mal lerne. Ich freue mich drauf, die Börse zu verstehen. Die böse Börse. Ja, ich gehöre ja zu der Fraktion oder zu der Bevölkerungsschicht, die keine Aktien besitzen. Und ich fühle mich ja immer so ein bisschen genervt, davon mir immer auch Börsennachrichten anhören zu müssen. Nichtsdestotrotz habe ich trotz Filmen, kennst du The Big Short zum Beispiel? Nur von gehört. Auch Wolf of Wall Street, auch alles große Filme, die ich alle ausgelassen habe. Aber trotz allem ist meine Kenntnis über die Börse oder deren Funktion und deren Geschichte und was da so läuft, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Deswegen dachte ich, gebe ich dir das mal mit. Das wird spannend. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende? Ja. Wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen, uns auf Twitter, Facebook, YouTube, wie ich gerade erfahren habe, oder Instagram folgen, der kann diese und natürlich auch jede andere Episode kommentieren. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Aber vor allen Dingen, wenn ihr uns korrigieren möchtet, immer herzlich willkommen. Also wir sind jetzt nicht perfekt. Und falls wir irgendwelche groben Schnitzer hier oder irgendeinen Blödsinn verzapft haben, korrigiert es bitte und macht es direkt als Kommentar, damit auch alle anderen was davon haben. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben. Und wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, aber wie du sagst, kommentieren ist immer schöner. Dann kann man darauf eingehen. Genau. Und dann sieht jeder quasi, was für Idioten wir sind, was wir wieder für Blödsinn verzapft haben. Ihr könnt uns, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann könnt ihr uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle notwendigen Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. Und natürlich auf aha.exclamatio.de Jo, dann haben wir es geschafft für heute. Ja, sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, hat es wirklich. Dann lassen wir es gut sein für heute. Und ich freue mich auf deine Ausführungen zur Börse beim nächsten Mal. Ich mich auch. Tschüss. Jeder draußen bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.